einen wunderschönen guten morgen der freitag ist da die woche fast rum und hinter mir ist jetzt um 7 uhr 30 das tor offen der motor läuft und es war schon einer bei mir ich also der das tor aufgemacht hat das war wohl der fahrer von denen der gesagt ich soll dann gleich mal rauffahren und gleich nach hinten durch weil er ist nämlich gerade mit seinem lkw husch weg er bringt schon mal zwei mikalaks weg auch schon wieder poesie am frühen morgen dann wird ein tag ja dann werden wir mal die zwei stück abladen inklusive paletten gaben und dann machen wir mal gucken ob das noch mal wird aber ich glaube nicht und ich bin mal gespannt wann mein lieber desponent sich meldet und fragt was ist denn da los dann sage ich guck mal zurück nach gestern früh ruf aber michalak an beschwerde ich bei denen wohl in der ausfallzeit wird er natürlich nicht tun weil ihr wisst ja kunden sind sensibel und dann sagen die auch dafür soll bezahlen der brauche ich als rechter nicht mehr und ab in dem anderen spielteur ja genauso sieht es aus deshalb kriegst auch keine stand standzeit mehr bezahlt weil dann bist du aber gleich weg vom fenster und deshalb können sie mit dem transporteur und spielteur die meisten kunden mich machen wir zu wollen ja gut da werden wir rein toben und die zwei stück mal abladen mal sehen wie lange dauert also auf geht's ja leute da sind wir wieder weg wir sind schon auf der autobahn wieder ich habe mich schon mal rausgekämpft ja dreiviertel stunde abladen wir haben es jetzt 8 uhr 37 ich bin da um 8 uhr 30 weg gefahren war ja um 7 uhr 35 irgendwie so drauf ja nur sagte irgendwie dreiviertel stunden haben wir abgeladen also arbeitszeit ja und damit sind wir jetzt um halb zwölf dann wollen und damit sind alle messen gesungen wir haben also gar kein stress wie ich gestern schon gesagt habe wir kriegen da heute nichts mehr hin wir bekommen auch nichts weiter gerissen und ich werde ja mal meinen lieben diskonenten anrufen die normal fragen ob das dabei bleibt oder ob man doch etwas anderes hat aber ich denke mal das bleibt dabei ja und dann machen wir montag da weiter dann ist das heute ein extrem kurzer weiter ja wir sind ja nur drei stunden aber wir fahren ja l'oreal runter ich will ja da noch ein bisschen der blut zu packen wir haben ja nur noch 19 prozent drin das ist ein bisschen bau und von l'oreal aus wäre ich dann gleich die nationalstraße hochfahren nach tun das dauert ein paar minuten länger das ist ja dann völlig egal ich brauche dann aber nicht mehr die autobahn hochrasen und dann über hermitage durch tun sondern da komme ich gleich von unten rein in das gewerbegebiet wo ich sowieso immer stehe und brauche ich wieder durch den ort wieder zurück ja und deshalb werden wir dann ab loriol dann nur noch nationale fahren gibt da wieder ein paar andere impressionen immer schön an der hohen lang ach das ist schon eine schöne gegend hier unten das einzigste was mich immer so ein bisschen abnervt ist dieser ständige wind und du hast überall sand und staub und überall trampelst mit staub rum das sind so die sachen das ist so wie wenn du eine ost oder nordsee bist du machst die tür auf christin wird in die fresse den regen in die fresse und das ist nicht meins überhaupt nicht morgens tür auf klatsch will ich nicht brauche ich nicht es soll ruhig anfangen manometer ja naja also dann auf richtung lyon das ist ja die grobe richtung wo die autobahn in 77 der hoch geht n7 kommt ja erst viel später jetzt erst mal so Da habt ihr mal wieder den klassischen Fall, dass eine 30er Spur nicht aufgeht. Dieses blöde System. Also manchmal ist das echt schlimm. So und hier hat mal die Autobahn, ja die Autobahn, der Autobahnservice mal Fahrzeuge hingestellt, die alle mal verunfallt sind, wo mal irgendjemand reingekracht ist, sei es LKWs, sei es PKWs, aber das sieht immer aus nach LKWs. Das sind so mahnende Beispiele, die sie hier gerne mal an solchen Punkten wie den großen Mautstellen ausstellen. Um die Leute mal so ein bisschen zu sensibilisieren und denen mal klar zu machen, fahrt doch mal ein bisschen sinniger und ein bisschen vernünftiger. Ihr seht, ihr bringt uns damit in Gefahr. Da hängt ja auch unser Leben mit dran. Denn wir arbeiten hier für euch auf der Autobahn und seht euch an, was hier für Mehrkosten entstehen, die ja dann durch die Autobahngebühr wieder reingeholt werden müssen. Ja, ich finde das immer ganz gut. Man findet das auch manchmal auch in irgendwelchen Raststätten. Da stehen dann so ein, zwei, drei Stück und die sind dann auch teilweise eingezäunt, damit halt die Leute da nicht reinklettern, weil sie ja alles erforschen müssen. Also ich finde das schon eine ganz gute Aktion, dass die dann immer wieder bei ihrem Schrott so ausstellen und den da auch jahrelang stehen lassen. Aber ich denke mal, wenn du da zwei, drei Mal vorbeigefahren bist, interessiert dich das auch alles nicht mehr. Dann ist das auch alles völlig egal. Denn wie man ja sieht, fahren die hier auch nicht gerade immer so gut oder rücksichtsvoll oder langsam, wie auch immer. Denn man sieht ja anhand der Fahrzeuge, dass hier auch immer wieder schwere Unfälle geschehen. Wobei ich hier in Frankreich ehrlich gesagt noch nicht so viele Lkw-Unfälle gesehen habe, die so schwerwiegend und verheerend waren, wie ich die schon bei uns in Deutschland gesehen habe, beziehungsweise auch gehört habe in den Nachrichten. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber hier, also irgendwie scheint das, obwohl die wilden Spanier hier durchfahren und alle anderen Nationalitäten, die nach Spanien wollen, geht das anscheinend immer noch ganz gut. Ja, mittlerweile haben wir über 13 Grad, hatten wir vorhin schon, wo ich aufgestanden bin. Also die Temperatur im Moment ist unverändert. Angenehm, aber wir fahren ja nachher hoch. Ich denke mal, da wird das Wetter nicht mehr ganz so gut sein. Kann nämlich sein, dass da oben wieder ein paar Wolken sind. Deswegen ist das hier unten immer so schön. Du hast so ein bisschen das Klima vom Meer und da oben hast du das Klima von den Bergen. Das brauche ich ja nicht erklären. Ja, cool. So viel wollte ich mal dazu sagen und euch das auch mal zeigen. Ich habe das nämlich gestern gesehen, wo ich durchgefahren bin und dachte, Mensch, heute nimmst du das Fahrzeug immer auf. Da kommst du nämlich direkt dran vorbei. Ja, gedacht, gesagt, getan. Marsch, weiter geht's. Marsch, weiter geht's. Also, ich bin dann schon mal von der Autobahn. runtergefahren hier hinten hinter orange und wir fahren jetzt alles komplett nationale wir werden dann natürlich in lori hol nachher vorbeifahren um zu tanken gar keine frage aber ich habe mir gesagt warum soll ich denn die autobahn fahren und mal geld bezahlen wenn ich dann hier jetzt auch schon die nationale beziehungsweise landstraße fahren kann wir sind ja jetzt gerade auf der d907 unterwegs und kommen daher auf die n7 auf die nationale 7 beziehungsweise die d907 war mal die n7 die wurde umgewandelt eine d straße das heißt von nationalstraße auf departementstraße das heißt dieses departement wo sie immer durchläuft also die einzelnen bezirke sind dann für den erhalt der straße halt zuständig und nicht mehr das land also das gesamte als eben keine nationalstraße ist dementsprechend gleich heißt es dann auch dass man auf einer departementstraße normalerweise nur noch 60 fahren dürfte was hier kein mensch macht sondern hier fahren alle lkws weiterhin 80 ihr könnt ja mal versuchen hier 60 zu fahren wenn es draußen ist außerhalb der ortschaften dann erwarten die euch 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 an der nächsten kreuzung und bringen die franzosen waren dann immer gewohnt 80 zu fliegen und dann machen die weiterhin und ich fahre da natürlich mit da passiert auch nichts selbst die janta marie macht da nichts nicht mal was also von daher ist das alles immer gut man macht da also nichts falsch ja nur fahren wir auch gleich unter der autobahn durch hier vor uns die brücke die da jetzt kommt das ist die a7 auf der wir gestern runter gefahren sind und auf der wir jetzt hätten auch wieder hochfahren können bis die lori hol aber wir fahren jetzt hier drunter durch genießen die landstraße und brauchen auch dann bloß noch zwei stunden 15 minuten also wo ich runter gefahren bin waren es zweieinhalb stunden bis nach tunau und dann und 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 folgen jetzt der N7 und wie man sieht und wie man sieht haben die hier halt auch mal ein Flugzeug ausgestellt wieder so einen kleinen Yachtbomber wir kennen das ja von Schweden noch da hatte ich auch mal ein paar gefilmt da sind welche noch unterwegs mit ihrer Autocross Geräte da ja ja also ihr seht das ist schon wieder kurz vor zwölf und das ist schon wieder viel viel verkehr hier gerade die kreisverkehre davon hat man ja hier reichlich auf den landstraßen aber man gewöhnt sich ja an alles und die gehören halt dazu und hier funktioniert das ja vom fahren her besser als bei uns in deutschland weil die menschen hier ja wirklich damit groß werden ja dann fahren wir jetzt mal schön die N7 hoch bis L'Oreal und dann tanken wir da mal ein bisschen der Blut zu bis dahin genießt noch ein bisschen die Landschaft ja 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 mal gerade blut voll gemacht ich wollte nur was nach tanken aber dann 20 reingemacht hat mir die quittung ausdrucken lassen und siehe da hier kostet der liter nur 1 euro 14 wenn das so günstig ist dann machen wir gleich mal voll nur habe ich gleich voll getankt und jetzt haben wir mit der blut erst mal keine sorgen mehr haben wir wieder eine ganze woche bis nächsten freitag ruhe jawohl aber bis dahin werden wir ja tanken weil wir haben jetzt noch ein dreiviertel tank bis man in deutschland sind dann werden wir irgendwann in deutschland wieder nach tanken oder vielmehr wir tanken ja in luxemburg werden wir wieder tanken genau und vielleicht danke ich da noch mal nach wenn sich lohnt und wenn ich dann lassen wir sein gucken wir mal so jetzt geht es weiter rüber auf departementstraße jetzt nicht mehr in sieben weil die würde ja weiter aber gehen und da wollen wir ja nicht hin wir fahren jetzt hier rüber auf die andere seite der rohn und genießen mal da die fahrt dann neben der rohn durch die ortschaften und städte und immer links von uns die berge damit ihr seht von welchen bergen ich spreche zeige ich euch die mal gleich ja so sehen dann mal berge aus ihr kennt sie ja mittlerweile auch aus spanien gut spanien hatte ich jetzt ein bisschen nur gefilmt damals im januar wo ich angefangen habe aber hier sieht man schon mal was berge sind und wenn man da drin rum tobt und das geht da geht eine straße durch eine strecke die bin ich auch schon mal gefahren das ist dann mal eine andere welt das macht dann mal viel mehr spaß und du hast da wirklich berge also da musst du da noch mal ein bisschen was erklimmen wenn es dann mal dazu kommt meistens dann aber nur an den ortschaften komischerweise weil die sind immer in und an den bergen gebaut und erfährst du da dritte an den bergen hoch ja hier aber noch so ein kleines autochen so uralten zitrönen war das glaube ich ist aber nur ein ausstellungsmodell da haben wir noch einen schönen alten kasten wagen ente ja 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 so ein bisschen alte alte sachen gibt es noch und hier gibt es noch eine wunderschöne brücke die ist ein bisschen schmaler aber dafür wunderbar über die roh da haben wir sie schon wieder ganz schön ordentlich wilde strömung da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 mal einkaufen ja dann gibt es wieder baguette genau und dann gibt es auch noch ein baguette extra und zwar für den thomas der seit 19 2022 in thailand lebt also der ist ausgewandert ich bin erstaunt dass ich auch in thailand gesehen werde von einem deutschen das erfreut mich natürlich ungemein so und hier haben wir dann rechts meine sackgasse wo ich jetzt gleich rückwärts rein fahren und da stehen natürlich autos aber das macht nichts ich stelle mich einfach mal dazwischen und damit sind wir für heute fertig tja so muss ja noch ruhezeit mensch endeland 13 20 in frankreich wir sind am ziel angekommen ich habe jetzt ungefähr vielleicht eine stunde länger gebraucht ich weiß es jetzt nicht so genau wir sind jetzt gefahren moment ich kann es doch ich kann es euch ja sagen moment 243 dreiviertel stunde habe ich jetzt länger gebraucht wenn ich nur die autobahn durchgefahren wäre ohne l'oriol anzuhalten also da noch mal runter wieder rauf ja noch mal ein paar minuten gewesen also sagen wir mal ich bin jetzt circa 40 minuten langsamer als über die autobahn auf diesem stück denn man hatte ja nun doch wirklich sehr viele ortsdurchfahrten mit kreisverkehre mit ampeln und allem drum und dran aber dafür habt ihr selber gesehen gibt es viel mehr stellen möglichkeiten man kann also überall stehen und ich hätte auch öfters mal einkaufen gehen können wenn ich es gewollt hätte aber ich habe da vorne mein laden den karri vor und da gehe ich auch hin und da vorne gibt es sogar fest stationierte waschmaschinen und trockner die sind vor dem karri vor da ist ja so ein container eingestellt zwei container und da sind die aufgebaut oder drin aufgebaut ja und da habe ich damals sogar schon meine wäsche bringen gewaschen ich glaube acht kilo trockner war damals drin und fünf kilo waschmaschine und sowas oder acht kilo irgendwie so also alles so ein bisschen größer weil nämlich am wochenende auch hier viele leute herkommen bei diesen waschmaschinen und dort ihre wäsche waschen also anscheinend haben gar nicht so viele franzosen eigene waschmaschinen ja das ist natürlich nicht schlecht hast du hier einen guten service vorne an dem kreisverkehr nicht da wo wir eingefahren sind sondern jetzt daraus praktisch mir geradezu da ist ein kreisverkehr da gibt es eine apotheke und ein mcdonald's was immer offen hat da hat man dann auch seine toilette so was brauche ich denn mehr gar nichts ordentlich meine toilette normalerweise aber gut da ist er da und dann kann man es auch mitnehmen ja und von hier aus in die stadt ist dann halt ein kleiner fußmarsch aber der lohnt sich also altstadt ist sehr interessant in turno wer hier mal vorbeikommt sollte mal die gelegenheit nutzen und sich das einfach mal anschauen gibt auch ein museum ist eine festung die ist oben auf berg in der stadt hier direkt an der hohen und jedes mal wenn ich da rein will ist das ding zu dann haben die immer irgendwelche komischen öffnungszeiten oder immer nur saison ich glaube nur im sommer ich weiß gar nicht ob die im oktober laufen haben oder ob die jetzt schon dazu vielleicht glaube ich am wochenende meine stadt und wenn ja nehme ich euch mit ansonsten wünsche ich euch von hier aus aus so ein wunderschönes wochenende macht's gut habt euch wohl und wir sehen uns wenn ihr wollt und wenn ihr könnt am montag dann wieder bis dann